Als nächstes dürfen wir bei uns Schüler der Gnäsie in Moskau Special School of Music als zwei Ensembles begrüßen. Unsere Schule bringt eine sehr länge Freundschaft mit dieser Schule und wir freuen uns, dass wir hier folgende Auftretende gleich sehen dürfen. Wir haben als erstes den Michael Usov, er wird für uns Violine spielen, und zwar das Stück Introduction in Tarantella von Pablo de Salazar. Danach werden wir das Trio hören, besteht aus Xenia Sionova, Flöte, Lisa Dobchenko und Anna Griechina, Klavier. Sie werden für uns spielen Wilhelm Tellen nach Rossini, das ganze von Derno Simon. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Applaus 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 Musik 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 Musik